Der parkt wie eine Wildsau, mitten auf der Hauptstraße. Gibt's doch nicht. Der darf da gar nicht stehen. Der spinnt wohl. Mann, 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 Mann. Haben die immer noch zu, um die Zeit. Kann man euch mal ein Brötchen kaufen. Schon wieder eine Baustelle. Sind die jetzt schon wieder am Buddeln da? Junge, Junge, Junge. Ganz Deutschland ist da eine Baustelle. Nicht zu glauben. Oh, 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 oh. Die Kollegen haben ja alles zugestellt. Das gibt's doch gar nicht. Das sind doch Pfeifen da. Jetzt kann ich gleich rückwärts fahren. Bis zur Rampe. Mann, 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 Mann. Nicht zu glauben. Oh, das ist ja eine tolle Aktion da, was unsere Leute machen. Müll ansammeln im Wald. Klasse, super. Finde ich gut. Mh. Schmeckt das Buch heute. Mh. So, dann machen wir jetzt mal Mittagspause. Lang genug gearbeitet. Bis gleich. Bis gleich. Bye. 주